Hey Leute und herzlich willkommen hier zu einer Runde Get Down auf dem Revinside.tv So aber... Der Spielmodus ist ganz neu und wurde gestern Abend released. Ich habe auch eine Aufnahme von gestern Abend, nur ist die etwas fähnliche geworden, sag ich jetzt mal. Und zwar ist es so, dass ich schön aufgenommen habe mit Chrissy und das war die zweite Runde, die auf dem gesamten Revinside.tv so aber ingame gegangen ist. Was natürlich extrem cool war, dass ich in so eine frühe Runde reingekommen bin und das ohne Premium soll angemerkt sein. Nur die Sache dabei war, ich habe komplett vergessen diesen scheiß DxTory Schriftzug rauszumachen. Und jetzt hatte ich im Video so einen richtig fetten DxTory Schriftzug und das hat natürlich nicht nur ein bisschen gestört, weil... Oh Gott, was? Hä? Oh Gott, was war das denn für ein Unlucky Block Gigi, würde ich da mal sagen. Äh, ja auf jeden Fall der Schriftzug da, ne? Der hat den halben Bildschirm bedeckt und so kann man natürlich kein Video gucken. Jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal aufnehmen und schauen, dass das hier irgendwas wird. Und ich werde hier erstmal drunter geboxt. Äh, ist noch relativ früh am Morgen, 11 Uhr ist es, ja, früh am Morgen ist es anders, aber wenn man unter der Woche um halb sechs aufstehen muss, jeden Tag, weil man wieder Schule hat, schönste im Leben. Äh, ja, ne? Dann ist es halt irgendwann mal so, dass man etwas länger schläft. So, jetzt muss ich schauen, dass ich das bis 15 Uhr hier alles, äh, noch geschnitten bekomme und alles drum und dran und bla und blub. Ähm, ja, ich hoffe einfach mal, ich bekomme das alles hin. Wenn es alles hinhaut, dann habt ihr hier gerade ein 720p 60fps Video. Also, ich versuche nämlich gerade mit einem neuen Schneideprogramm klar zu kommen und zwar ist das Magix Video Deluxe. Ähm, ja, ich schätze mal, das kennen sich einige von euch. Das ist eins der besten Schneideprogramme, die es gibt. Ja, und ich hab die Ball. Nice. Ähm, GG. Gut, dann noch die dritte Map. Äh, falls ihr den Spielmuss nicht kennt, ne? Wir haben hier jetzt drei Maps. Und dann nach der dritten Map werden wir in die Wartelobby geportet und können uns 60 Sekunden lang ausrüsten. Weil am Ende ein riesiges PvP-Match, äh, stattfindet mit den Spielern hier. An Lucky, natürlich. Äh, also da findet so ein riesiges PvP-Match statt. Und je nachdem, wie viele Coins man eben hat, äh, desto mehr Sachen kann man sich kaufen. Wenn man Glück hat, kann man sich Volltierrüstung kaufen, sonst halt vielleicht nur Full Iron und lauter sowas halt. Ähm, ja, und diese Sea Lanterns da, äh, das sind Coins. Und, ja, mehr kann ich jetzt auch nicht... Oh, es ist einfach zu einem Coinblock geworden, natürlich. Wieso nicht? Jo, ähm, ja, ich versuche jetzt auf jeden Fall wieder auch regelmäßig Videos zu machen. Äh, war halt etwas stressig jetzt wieder in der ersten Schulwoche. Äh, neue Schule, neue Freunde, neue Lehrer, alles drum. Und, ja, neue Fächer, ähm, ja, ne. Dürfte sich hier alles ausgehen, glaube ich, fast. Ja, so ein Steinschwert hier noch. Das haut hin. Mal Steinschwert eventuell noch versaubern. Stufe 1. Sharpness 1. Jawoll. Hm. PvP ist in 30 Sekunden aktiv, okay. Kaffe ich mir noch ein paar Stecks. So, ein Coin und das war's da noch. Äh, mit der Tierrüstung bin ich natürlich OP des Todes. Aber gucken wir mal, wie viele noch, äh, hier Tierrüstung anhaben. Wäre natürlich extrem cool, wenn ich jetzt hier noch gewinnen würde. Das ist mein First Try heute. Äh. Oh, meine Maus drückt sehr oft mehrfach, danke. Oh, der arme Alter. Jetzt hat er sich wahrscheinlich unnötig zu viele Sachen gekauft. Oh Gott, das Pferd sieht so süß aus mit den Augen. Ein Dallienpack. Ja, also das ist das Dandelionpack. Falls ihr euch fragt. Und ich glaub, Chrissy hat mich grad im PS hochgemucht. Ja, soviel zu dem Thema. Was soll denn das werden? Mann, so ein Lappen. Wer ist auch immer grad wahr. Was soll denn das? Sie könnten mich doch... Mann, was soll das? Ich nehm hier auf. Mir fällt grad ein, ich bin ja im PS gemutet. Mann. Mann. Was soll denn das, ey? Das ist doch so... Mann. You are moved. Ja, danke schön, dass ihr mir die Aufnahme kaputt macht, wer das auch immer ist. Verdammt, ich nehm auf. Ich nehm auf. Warum gehst du dann in den AFK-Channel rein? Ist ja auch egal. Ich nehm hier grad auf. Das ist also Christoph. Hi. Der hat mich hier grad die ganze Zeit gemoved. You are moved. You are moved. Ja, ich musste die rechte, äh, ich musste die Channel-Admin zweck nehmen. Ja, 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 ja. Äh. Äh. Kann ja keiner wissen, wenn du nur in Aufnahme bist, gehen in Aufnahme-Channel-Dodomi. Ja, ist egal. Äh. Weil wir haben ein kleines Problem. Die Aufnahme von gestern hat mich ganz hingehauen. Da war so ein fetter D-Hstory-Schriftzug über den halben Bildschirm geklatscht. Äh. Jetzt nehm ich hier grad nochmal eine Runde Get Down auf. Ja. Und ja. Ich versuche hier grad irgendwie was zu reißen. Aber hier ist grad so ein ganz lappiger Lappensohn. Oh, den. Oh, 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 oh. Fett. Oha. Okay. Mal kurz was frasen. Den müsste ich eigentlich bekommen, ne? Oh. Da hinten wird gekämpft. Okay. Ich hab auch Pfeile zum Glück. Hi, Duda. Ich geh auf diesen Fanboy. Oh, ich hab Fanboy. Nice. Der war full dear. Ich hab ihn zerfickt. Okay. Wie wild wie's aussieht. Oh. Chi-chi. Ich hab gewonnen. First try, Alter. Erste Minecraft-Runde heute. Nachdem ich mich aufgestanden bin. Nice. Gut, Leute. Ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, dann drückt mir wieder 20 Dislikes rein. Und wer das nicht versteht, guckt unser letztes Video. Und dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.